Hallo mein Schatz, was treibst du so? Oh, ich... äh... bin nur joggen. Schon wieder? Miles, du arbeitest hart in letzter Zeit. Du musst dich auch mal entspannen. Mach ich doch. Ich häng mit Genki rum, sample Musik... Du trainierst ständig. Du verschwindest stundenlang zum Lernen. Ich will dir nichts vorschreiben, aber ich mache dir Sorgen, lieber. Wenn ich mich ausgebrannt fühle, lass ich es nicht wissen, okay? Das will ich hoffen. Hab dich lieb. Bye. Adios, ma. Te quiero. Anscheinend haben Raft-Ausbrecher eine Straße blockiert und Geiseln genommen. No bueno. Spider-Man? Spider-Man? Hey! Wolltest du es nicht anders versuchen und einfach über alles reden? Nein? Na gut! Halt still! Ich hab keine Angst vor dir! Du bist mein kurzer Mann! Du bist ein falschen Würfel! Ratschaus! Hoch mit dir! Ratschaus! Wir dürfen nicht verlieren! Dann kannst du noch siegen! Besser Unterricht, wenn du wieder im Raft bist. Leute, bewegt eure Hintern! Ich schweb ich dich nicht! Ich schweb ich den Ratschaus! Geh auf! Ich schweb ichй dich! Ja! Guck! Geh! Dein Tor! Hallo, Papa! Hecht? Woher? Wow, ein gestohlenes Auto auf der Flucht. Wow, ein gestohlenes Auto. Das ist gut. Wow, ein gestohlenes Auto. Wow, ein gestohlenes Auto. Okay. Mein Werk hier ist getan. Okay. 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 Die App meldet gerade, dass eine Spendenbox ausgeraucht wird. Die App meldet gerade, dass eine Spendenbox ausgeraucht wird. Hey, lahme Ente. Hier oben. Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Versteh. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal. Das sitzt fest. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist... Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns. Bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Meils und mich. Bam. Ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick. Machst du jetzt diesen Job bei Rockstar oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay. Ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das... Saubere Energie Team leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd Fan Club. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Rockstar, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? Äh... Die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Ich mein, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist. Schon so spät. Ich muss los. Ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Hm, vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nichts hier drin. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High, ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber die Highschool ist eine ganz andere Welt. Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen, aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Handy? U-Bahn-Ticket? Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Na los, wir kommen zu spät. Hey! Oh Mann, ich werd dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Siehst du, das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Was hältst du eigentlich von Rio Morales? Es ist schon komisch, meine Mom als Politikerin. Ich kenn sie ja nur als Lehrerin. Ist ziemlich ähnlich, oder? Danke jetzt. Leute zusammentreiben, ihnen was beibringen, dass wir sorgen, dass sie sich benehmen. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Ja, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxanne hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ja, es ist nur... Was so an der Rede ist, my dad. Das war Paulus Weggeschäft, Heimat der besten Eiscreme in ganzen New York City. Und Juniperos Kita, die so viele von uns besucht haben. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Teresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch den ganzen Block mit Musiker füllte. Stay. Und selbst jetzt, Roxanne transportiert Nuform ihren experimentellen Treibstoff durch die Stadt. Und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxanne. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Bürger. Dieser, diese Plaza ist ein Big Marcellas Opel-Losigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Wir haben hier einen Einfluss. Herbert, bleibt ruhig. Keinen Korn. Waffen bereit. Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Ich habe sie. Auf geht's. Es geht nur um uns. Sie brauchen dich. Ihr habt hier keine Chance. Ihr habt hier keine Chance. Sie brauchen D spine. Sie brauchen Dxt-D sir. D странen D Canate. Sie brauchen DschimpensEL-Genergie. Getschneiden. M ere Cher blunts-ingang. Sie haben D resources. Lasscham-Genergie. Sie brauchen Dschimpensel-Genergie. Sie brauchen D�acja-Genergie. Sie brauchen Dschimpensel-Genergie. Ich werde euch aufhalten, wie in der U-Bahn. Meins, wir sind zu Hause. Nadia fährt deine Mom ins Krankenhaus. Was? Geht's dir gut? Du musst dich am Abhören. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Ingriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen Hufform, aber hier ist doch kein. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Okay. Ich greife auf deine Analyse-Daten zu. Ich helde dir, wo ich kann. Gute Idee. Und Genki? Danke wegen meiner Mom. Geht, dann zeigt mal. Eure Leuchtwaffen werden euch nicht benutzen. Geht, dann geht's. Ja! Ah! Was war das? Miles! Oh Gott sei Dank! Wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miko, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Dann unterschreibst du auf meinem Gips. Okay, Ma. Nos vemos en casa. Hab dich lieb. Miles, die Kundgebung war in den Nachrichten. Seid ihr okay? Wo seid ihr? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du. Klar? Sie werden einen Sündenbock für das alles suchen. Tinkerer wird eben nicht reichen. Okay. Ich pass schon auf. Die Explosion sah übel aus. Ich muss mich beeilen. Spiege jetzt gleich. Die Plaza war wohl nur zum Aufwärmen. Oder zur Ablenkung. Los, 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 los. Monster und Abschau. Bro! Erschießen wir uns nicht. Okay? Okay? Wir wollen das Nu formen. Ignoriert alles andere. Werdet ihn los. Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt. Was zur Hölle soll das? Nein. Er destabilisiert es. Runter! Lenkt ihn ab. Er hat den Truck hochgejagt. Miles, ich habe die Explosion gesehen. Geht es dir gut? Mir geht's gut, aber... Hast du's gesehen? Tinkerer, das ist Finn! Oh mein Gott! Ich hab sie heute getroffen! Wenn ich nur meinen Namen gedacht hätte! Es ist nicht deine Schuld, Mann. Ich war so froh, sie zu sehen, dass ich unaufmerksam war. Ich muss sowas merken. Er hat 5.000! Das Nu formen ist weg. Er hat es vernichtet. Ja! Ich schieße! Ich muss das verhindern! Ich muss das verhindern! Die Explosion ist eingeschuld. Das war nicht getan! Die Leute sitzen in der Falle! Ich muss hier fertig werden und den Leuten helfen! Ich hab sie zu verhindern! Ich hab sie unter den Angelegen! Für mich ist Chef der Falle! Ich warte, ich will Dragon! Ich bin fast! Ich bin fast! Ich bin fast! Ich bin fast! Her will ich mich nicht mehr wollen! Ich bin fast! Ich bin fast! Ich bin fast! Das war schmerzhaft aus. Oh, mein Gott! Nein, 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 nein! Die Leute müssen von der Brücke runter, bevor sie einstürzen! Wir kommen nicht vorbei! Lachen! 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 Der Boss! Alle aussteigen! Alle raus hier! Könnte Sorge, ich hab sie! Nein! Danke auch mal! Die Leute, sie sitzen fest! Ich hab ne Idee! Was stabiler werden? Okay, okay, okay! Ich brauch etwas, das sie rüberbringt! Nein, 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 nein! Sie schafft das! Nein, du weißt! Nein, du weißt! Nein! Spiderman, danke. Das war ich, meine Kräfte. Ich hab das gesprengt. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an... Sie, den anderen Spiderman. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich hab keine Ahnung. Verstanden. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass sie in Ruhe! Ich nehme das auf! Sie fängt mit dem Handy! Sofort! Ich sagte Handy weg! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Ich hab geholfen! Was zum Teufel! Wo ist der hin? Was ist jetzt mit Rocks, sonst wir sind für sie da? Sie hätten mich erschossen! Die wollten nicht mal zuhören! Bist du okay? Ich weiß nicht. Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Braceway Bridge. Hey, ich will den neuen Spiderman unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bio-Elektrizität... Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört? Und darüber hinaus unsere Brücke? Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich geh jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dolce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest... Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ist es nicht. Ich dachte, ich... könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Woah! Ja. Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was läuft, New York? Taxi!